Kurt-Tucholsky-Bibliothek, Esmarchstraße 18 Die ehrenamtlich betriebene Kurt-Tucholsky-Bibliothek in Prenzlauer Berg ist Talina schon lange ein Begriff. Im Mai 2010 hat sie die Einrichtung besucht und für drei Jahre zwei Abonnements der Zeitschriftenstiftung Warentest und Finanztest gespendet. Seit dem Regierungswechsel in Berlin 2011 steht die Bibliothek zusammen mit vielen anderen Pankur-Kultureinrichtungen vor dem Aus. Dazu gehören zum Beispiel auch die Wabe, das Theater unterm Dach, die Galerie Pankow. Sie alle tauchten auf einer Liste des Kulturstadtrates Thorsten Kühne, CDU, auf, die all jene öffentlichen Kultureinrichtungen des Bezirkes Pankow beinhaltet, die seiner Meinung nach geschlossen werden müssen. Begründet wird das mit den viel zu geringen Mittelzuweisungen durch den Berliner Senat. Eine Bibliothek zu schließen, dafür muss man schon sehr ignorant sein. Halina ist froh, dass die Bürgerinnen und Bürger sich dagegen wehren und bereit sind, für die Kurt-Tucholsky-Bibliothek und all die anderen bedrohten Einrichtungen zu kämpfen. Dabei wird sie sie unterstützen. Der Der